so hallo youtube das gibt hier jetzt die auslosung von meinem 250er giveaway habe ja angekündigt dass es bis mitte april läuft und ja heute haben wir genau den 15 ist jetzt zufall aber jetzt haben wir auch noch genau mitte april und da werden wir hier jetzt mal die verlosung machen und zwar geht es um diese beiden von mir selbst gemachten messer die ich verlos und ich zeige jetzt mal wer alles mitgemacht hat das war einmal der spider pro dann der klaus klaus l müller kommen alle hier in die schüssel dann haben wir als nächstes sind indoor ranger michael denn ms bricktop 80 mario dann den schnorris 58 der christoph den soli war jetzt am wochenende noch eingegangen blinkenstein 1966 den nam duart ist der benjamin auch am wochenende erst eingegangen noch dann haben wir noch den mr ms 86 den marcus den mirro an die haas und den bunt bär 12 stück waren es die hier mitgemacht haben vielen dank für die antworten war teils teils war filmset was mich sehr gefreut hat es waren nützliche tipps dabei und eben auch ein paar schneidetests mit der schärfe von den messern ganz unterschiedliche sachen ok dann werde ich das hier immer abdecken mit meinen schalen und ich ziehe jetzt zwei äh zettel raus und da gibt es keinen ersten und zweiten preis sondern ähm ihr meldet euch einfach und sagt welches ihr wollt welches von den beiden und der der zuerst kommt praktisch der kann sich das als ausholen der andere muss halt an das andere nehmen ok so na 1 2 da haben wir einmal blinkenstein 166 und den spider pro also ihr beiden habt gewonnen herzlichen glückwunsch zeichnen wir mal kurz die messer einmal haben wir hier auch das australische edelholz mit einer 10 cm klinge und das andere ist eine 8 cm klinge und wir haben ostindischen balisander als holz ok bitte eine bn an mich mit der adresse dann bekommt ihr die messer die ihr wollt zugeschickt ok dann danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal zeichnen cy und auch